Wir haben nicht genug Spellpower, um uns zu finishen. Pfeile, Pfeile, Pfeile auf Turm. Oh Gott. Jod, wir müssen rein, Pumpel. An den Saugen. Edo, Edo, ich habe ihn nicht gesaugt, ich bin behindert. Oh nein, der geht. Und jetzt fragt er sich nach außen. Jetzt wird aber gesaugt. Warum ist er nicht gecharged? Oh mein Gott. Lightning, Lightning, Lightning. Ja. Ja, Obi-Sam, let's go. Tika, also ich dachte, wir hätten verloren gegen den Sauger, Mauga. Also ich gegen den Rhyme Rider. Am Ende hat er irgendwie noch gesaugt.